Hallöcher Leute, willkommen bei Padido Gaming. Zurück zu MeinQuest 2, einer unglaublich coolen App. Und wir sind in irgendeiner Höhle, Level 3 oder so, auf der Suche nach dem letzten Gegner. Irgendwo haust hier noch ein Gegner. Und es wird langsam eng mit unseren Schlägen. Mist. Bitte, bitte, lass ihn uns finden. Komm schon. Oh, Leute, das wird nix. Da ist er, da ist er. Oh Gott, wir haben noch drei Schläge übrig. Es ist einfach nur perfekt. Oh mein Gott, es hat perfekt gepasst. Powerslash. Hui, das war eng, Leute. Drei Schläge, sonst hätte ich mir wieder eine blöde Werbung angucken müssen. Okay, komm mal, hier den, einen kann man noch mitnehmen, zack. Und jetzt ab zum Kristall. Wo war der Kristall? Hier. Warte mal, den Stein kann man noch mitnehmen, der braucht nur einen Schlag. Einen Schlag haben wir noch. Ist egal, komm. Wir hauen jetzt hier auf den Kristall raus aus dieser Höhle. Wir haben alles geschafft. Gegner besiegt, Boss besiegt, alles gefunden, alles besiegt. Boom, fertig. Okay, Leaf. Raus hier. So, zeig ich her, was habe ich gefunden? Alle Banner. Also Waffen. Alle Gegner. Jawohl. Tribal X, 7 von 15. Wir nähern uns also einer neuen Waffe an. Okidoki. Boom, dann geht's ab zu Level 2. Schauen wir uns mal die Elemente an. Vorgeschlagen wird Pflanze. Das heißt, wir wechseln jetzt hier zu unserer Pflanzenaxt. Wir nehmen hier die andere Axt mit. Ähm, die andere Rüstung. Jo, da sind wir aber recht, würde ich sagen. Los geht's. Ok. Manche Monster haben spezielle Fähigkeiten. Ja, das haben wir schon gemerkt. Ok, 5 Gegner, 2 Kisten. Hier ist schon der 1. Gegner, mal gucken. Na, komm mal her, mein schöner. Gibt's direkt mal hier aufs Dach. Würde ich sagen. Ok, der hat, der ist auch Typ Pflanze. Und wir haben mit Pflanzen Axt. Das heißt, unser Element ist nicht gut gegen ihn. Äh. Ok, geht's gar nicht weiter, wa? Doch, doch. Doch. Ok. Ähm. Ja. Wir haben uns einfach mal blind hier irgendwo rein. Gucken, wo wir ankommen. Böhm. Böp. Ok, da ist nächster Gegner. Sehr gut. Na, komm. So, mein schöner. Hier gibt's aufs Dach. Ähm. Minus 25. Ne. Ne, nehmen wir trotzdem Pflanze. Und. Zack. Bitte stirb. Jawohl. Ok. 60 Schaden machen wir damit. Alles klar. Nummer 2 besiegt. Man, geht kaputt, du blöder Stein. So. Geht's hier oben weiter? Ne. Doch. Komm schon. Ich brauche Kiste. Ich brauche Gegner. Hier geht's. Geht's hier lang? Ja. Doch geht's. Ist okay. Ah, ah, ah. Aha. Kiste. Nice. Gute Kiste, wie's aussieht. Jawohl. Wieder ein Stück vom Hammer. Sehr nice. Super. Dann haben wir schon mal eine wichtige Kiste gefunden. Können uns hier mal reinbuddeln. Hier geht's. Oder geht's hier lang? Äh. Ich glaube, das war doof. Ne. Ne, hier geht's nicht weiter. Dann lass uns mal hier reinbuddeln. Hier geht's weiter. Zack. Ah. Ok. Jetzt wird's langsam schon eng mit den Schlägen, Freunde. Wir haben noch nicht... Ok. Da ist was. Da ist was. Das ist der Boss. Oh lala. Maulwurf. Ok. Mr. Maulwurf. Na komm mal her. Huiuiui. Ok. Dann machen wir direkt mal einen Powerslash auf den Maulwurf. Oh. Er ist direkt tot, Leute. Sehr geil. Sehr geil. So stelle ich mir das vor. Und shit. Nice. So stelle ich mir das vor. Was gibt es? Wieder ein Stück vom Hammer. Nice. Ok. Wir haben aber noch zwei Gegner. Und eine Kiste. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die jetzt hier noch finden mit unseren paar Schlägen. Hier ist schon mal der Kristall. Dahinter ist die Kiste. Ok. Dann. Boom. Kisten haben wir. Jetzt fehlen nur noch, nur noch zwei Gegner. Die können wir aber jetzt nicht mehr finden. Mit den Schlägen. Das ist nicht möglich. 18 Schläge nur noch. Ne. Ne. Leute. Wir können. Oh da ist einer. Da ist einer. Haha. Ok. Ok. Den schaffen wir noch. Dann fehlt noch einer. Das heißt wir müssen einen Trank wohl kaufen. Dass wir noch mehr Schläge bekommen. Und den letzten Gegner auch noch aufspüren. Ok. Boom. Außer wir brauchen den gar nicht. Keine Ahnung. Brauchen wir den blöden Gegner überhaupt? Wäre schon schön, aber. Komm. Ich. Ist jetzt mal egal. Kloppen uns hier raus. Hauptsache wir haben den Boss besiegt. und die Kisten gefunden. Die ist wichtiger, weil es da die äh Items drinne gibt. Achso. Die Gegner würden auch ein Item geben. Ah Mist. Ich brauche eigentlich diesen letzten Gegner. Ah. Ah. Können wir da rein? Nochmal? Level 2. Können wir nochmal rein? Äh. Die Frage ist, ob wir jetzt alles nochmal machen müssen. Ich schätze schon. Ja. Müssen wir. Okay. Müsste ich mir natürlich anschauen. Äh. Gemerkt haben, das wäre cool. Wo die alle waren, ne? Das wäre jetzt von Vorteil. Okay. Wir graben einfach mal los. Uh. Hier ist schon mal gar nichts. Na toll. Das war schon mal alles für die Katz hier. Hier ist nix. Leute. Alle Schläge bisher waren völlig für die Katz. Hier ist gar nix. Was ist das denn? Hier ist nichts. 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 Oh ne Kiste. Okay. Das ist was. Aha. Neues Teil gefunden. Was zählt noch dazu? Hä? Okay. Hier haben wir einen Gegner. Komm mal her, mein schöner. Krieg's aufs Dach. Zwei Gegner, um genau zu sein. Äh. Machen wir erstmal einen Platz. Böp. Ja. Den zweiten schaffen wir leider nicht mit einem Schlag. Aber was soll's. Wir haben genug Leben. Wir haben nur nicht genug Schläge. Was ich bräuchte, sind mehr Schläge. Mehr Stamina. Da oben das Blaue. Noch 120 Schläge haben wir. Und hier ist halt einfach gar nichts, Leute. Okay. Hier ist ne Kiste. Sehr gut. Kiste und Gegner. Oh, wunderbar. Wunderbar. Komm her. 99. Und noch einer. Oh. Okay. Machen wir erstmal den, den größeren Platz. Der ist auch schon Level 2, sehe ich gerade, ne? Darum hat der auch mehr, äh, Lebenspunkte. Und der heilt halt, okay? Das ist schlecht für ihn. Dann hat der einen Angriff weniger. Von mir aus. Die kriegen wir auch nicht so. Doch, die Krimatur. Oh, ein Critical. Ja, geil. So stelle ich mir das vor. Okay. Okay, Freunde. Wo wollen wir uns hier mal rein puddeln? Also wir werden hier mit Sicherheit nicht alle Gegner finden. Mit den Schlägen, die wir noch haben. Da zweifel ich stark dran. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Wo waren wir noch nicht? Hier. Komm mal hierher, mein schöner. Juh, kommt angesaußt. Ähm, hier. Oh, hier ist der Boss. Okay. Machen wir mal Captain Maulwurf. Boss Fight. Äh, du kriegst erstmal hier die Axt ab. Boom. Oh, wirklich Leute. Ein Leben hat er noch. What? Okay, hier machen wir wie, äh, Earthquake. Das trifft beide. Er ist auf jeden Fall weg. Und er auch. Ah, wunderbar. Victory. Das Problem ist, immer wieder, dass wir hier nicht weiterkommen mit den Schlägen. Ah. Ich brauche noch zwei Gegner. Die ich so nicht erreiche. Das heißt, hier ist einer. Okay. Sehr gut. Vielleicht doch noch. Da unten ist er. Leute, ich habe es gesehen. Er ist unter uns. Wir schaffen es. Tatsächlich, wir schaffen es. Der nächste Gegner ist genau unter uns. Ich habe ihn da, glaube ich, rumblobben sehen. Und, ja, da unten ist er. Super nice, Freunde. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da ist er. Damit haben wir die komplette Höhle komplett abgeschlossen. Sehr, sehr nice. Zwei Stück. Zwei Stück. Äh. Okay. Damit machen wir den Großen ja platt. Zack. Und der da ist anfällig für unsere normale Axt. Boom. Feierabend. Feierabend, wollte ich ganz sagen. Feier-Evening. Ähm. Okay. Jetzt können wir noch ein paar Steine mitnehmen. Ein paar Schläge haben wir jetzt noch übrig. Achso. Warte mal. Der Kristall. Wir brauchen natürlich noch den Kristall. Den lilanen. Haben wir den schon gefunden? Nee. Okay. Das ist ein Problem. Das ist jetzt ein Problem. Wir haben leider kein... Den Kristall noch nicht. Oh nein, Leute. Jetzt muss ich doch tatsächlich... Wie es aussieht... Doch noch... Mir... Stamina kaufen. Damit wir den Kristall noch finden. Mit dem wir dann überhaupt rauskommen. Bitte Kristall. Wo bist du? Oh nein. Okay, Leute. Ich schaue mir eine Werbung an. Hol mir diese 20 Schläge. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Wir haben 20 Schläge mehr. Und... Klöppeln uns jetzt hier einfach mal weiter. Jetzt haben wir schon wieder 10 vorbraten. Für nichts. Und hier geht es auch nicht mal weiter. Oh mein Gott. Ah. Wo geht es hier weiter? Wo geht es weiter? Wir können die Höhle auch verlassen. Gerade. Wie ich sehe. Hier. Vielleicht... Weil wir hier schon mal drin waren. Vielleicht können wir deshalb jetzt raus. Okay. Wir hauen einfach mal ab. Wir haben ja alles. Wir haben alle Gegner und alle Kisten. Also... Müsste passen. Boom. Genau. Jetzt haben wir unsere zweite Axt. Sehr gut. Fast ein Level noch bekommen. Und 6 von 12 vom Hammer. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen. Machen wir weiter im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mir doch einen Daumen nach. Schreibt mir einen Kommentar. Und bis zum nächsten Part. Wünsche euch nur das Beste. Macht's gut, Leute. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.